Bei der flammenden Lichterweihnacht in Weidhofen an der Ips erstrahlt das Schloss Rothschild im vorweihnachtlichen Glanz. Drei Tage lang wird im historischen Gebäude die Vorfreude auf Weihnachten gesteigert. Über 50 Aussteller sorgen hier im Schloss Rothschild für weihnachtliche Stimmung mit einer Vielfalt an Kulinarik, Handwerk und kreativer Bastelkunst. Das Ganze wird auch noch perfekt umrahmt mit weihnachtlichen Gesängen für die perfekte Stimmung. Überall gab es die verschiedensten Geschenke zu kaufen. Von Punsch bis zu belegten Broten waren hier einige Schmankerl mit dabei. Ja klar, das erste Standl, wenn man einkommt beim Schloss Rothschild, was gibt es denn bei euch Schönes? Wir sind die Imkere Berger aus Alharzberg und bei uns gibt es die Binnenprodukte. Was gibt es denn bei euch Gutes? Wir haben bei uns Punsch und Kinderponsch und belegte Brote, Kekse und Gläzenbrat und alles selber gemacht. Jetzt sind wir mit einem Stockwerk tiefer gegangen, da ist es recht kuschelig warm bei euch. Was gibt es denn da Schönes? Das sind die berühmten Schlossmäuse, Weithofner Schlossmäuse aus Topfenteig. Was gibt es denn hier unten Schönes zu entdecken? Ich sehe Schmiedekunst. Ja, ich bin da gerade dabei, einen Bieröffner zu schmieden in Form von, ja, es ist eine Spirale und da kommt jetzt vorne drauf noch der kleine Teil, um die Bierkapsel aufzumachen. Die Stimmung bei der flammenden Lichterweihnacht war großartig und die Besucher und Besucherinnen konnten sich perfekt auf die kommende schöne Zeit vorbereiten. Und wie ist so die Stimmung? Man verkauft ja direkt an die Leute, was kriegt man so mit? Wie sind die Leute drauf? Sehr gut. Ja, man sieht, die Weihnachtsstimmung wird von Woche zu Woche irgendwie besser, genau. Es ist schön, schön, super alles beieinander, wirklich viel Leute da halt, weil wir sind jetzt mal oben der Steine gegangen, aber haben wir schon geglaubt, wir müssen umtrauen, weil es so viele Leute sind, aber es ist schön, ja. Ich glaube, sehr gut, also jetzt, wo es finster wird, ist es glaube ich noch besser, einfach das beleuchtete, das schöne Ambiente mit dem Schnee rundherum und nein, ich glaube, es sind eigentlich alle gut drauf und ich glaube, jedem gefällt es gut da. Wie ist die Stimmung? Ist sie vorweihnachtlich? Ja, finde ich schon. Ja, finde ich schon und das Ambiente dazu sowieso, da ist es automatisch, dass es in Weihnachtsstimmung ist. Sehr gut. Es ist den ganzen Tag schöner hingegangen, es passt, ja. Die Stimmung, ja, man hört es eh klatschen. Weihnachtsmusik, das gibt Schöneres, ne? Ja gut, sonst wären nicht so viele da, sonst würden alle gleich wieder heimgehen. Auch der Bürgermeister von Weidhofen hat Wünsche für die schönste Zeit des Jahres. Ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Möglichkeit, ganz einfach für die Familie, für die Freunde da zu sein, das ist schon etwas, aber ich glaube, das ist bei jedem so. Mit unzähligen Lichtern und einer verschneiten Winterlandschaft soll auch in der Stadt Weidhofen die Adventzeit zur besinnlichsten Zeit des Jahres werden. Wünscheben Wünschefe Wünsche Pamling